Integration ist ein Thema, was in den letzten zwei, aber auch in den letzten 20, 30, wenn nicht sogar 70 Jahren immer wieder ein Thema ist in unserem Land. Ich bin der Meinung, Vielfalt ist wichtig. Als Sprecher der Initiative für Völkerverständigung in Brühl bin ich damit tagtäglich beschäftigt und berührt und kann nur jedem empfehlen, sich zu diesem Thema zu engagieren für ein Miteinander.